Guten Abend, liebe BFZ, ich bin's, euer Lacky. Ich hoffe, euch geht's gut, ihr seid alle gesund. Ich hoffe, eure Familie geht's auch gut, ihr seid gesund und bleibt auch gesund. Ich appelliere nochmal an euch, dass ihr bitte alle zu Hause bleibt, dass wir uns bald wieder sehen können. Und ich wollte mich auch nochmal dafür bedanken, wie das jetzt mit dem Spiel hier eingeschlagen ist, gegen FC Corona Covid-19. Das ist wirklich überragend, was ihr da derzeit macht und ich hoffe, wir kriegen das Stadion der Weltjugend zusammen und feiern da ein schönes Spiel. Wie gesagt, bleibt alle zu Hause, dass wir uns bald wieder im richtigen Stadion sehen können und richtige Siege feiern können. Und ja, zu mir, also mir geht's derzeit sehr gut, ich bin gesund, bin immer noch in der Aufbauphase, probiere weiter Muskeln aufzubauen, um der Mannschaft bald wieder zu helfen. Und ja, auch wenn es gerade schwere Umstände sind, bleibt alle zu Hause und ich hoffe, ihr bleibt gesund. Bis bald, dass wir uns bald wieder im Stadion sehen können und ein schönes Fußballfest feiern können. Euer Lacky.